Hi ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mir, mir, mir. Es geht weiter und zwar wollte ich euch meine Monatsfavoriten im Juni zeigen. Ich dachte, wenn ich schon mal so overdress hier bin und das Wetter einfach nicht so toll ist und ich mal geschminkt bin zwischendurch und zeige euch mal, was ich den Monat Juni benutzt habe, einfach, wo ich häufig zugegriffen habe, wo ich eher weniger zugegriffen habe, was sind meine Favoriten ist und was nicht. Ne, was nicht, brauche ich euch ja nicht zeigen. Einfach nur das, was ich sehr gerne benutzt habe oder auch nicht gerne, aber trotzdem verwendet habe. Ja, fangen wir an mal mit dem Primer, den ich sehr gerne mochte. Das sind drei Stück an der Zahl. Am aller, allerhäufigsten habe ich diesen hier benutzt. Das ist Liquid Illuminator von NYX in der 02. Mag ich richtig gerne und zwar habe ich das einmal in meine Foundation gemischt und einmal nicht in meine Foundation, also so oberflächlich. Ich muss sagen, das hat einen wunderschönen Glow, so ein Gold-Rosé-Kupferfarbener Glow. Ich habe mir noch eins bestellt, ich habe eins abgekauft, der Mellow Flory und hatte selber noch einen und ich bin sehr froh darüber. Ich finde das einfach wunderschön. Es passt wunderschön zu meinem Hautton. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch einen Masterprimer, den habe ich heute drauf. Habe ich ein Video mit euch aufgetragen, gerade so an den Stellen, wo ich ein bisschen trocken bin. Mag ich. Es ist jetzt nicht so, dass es so übermäßig feucht ist wie eine reichhaltige Tagespflege, sondern einfach so ein bisschen Feuchtigkeit spenden kann ich euch empfehlen. Wenn ihr halt eher dazu neigt, ein paar Trockenheitsfältchen oder Trockenheit zu haben, dann kann ich euch den sehr ans Herz legen. Ich habe aber auch gesehen, dass Catrice einen neuen rausbringt, auch so einen blauen. Den würde ich mal zuerst anschauen, bevor ich den anschaue. Und der letzte Primer ist der von Essence. Und zwar, der hat so einen ähnlichen Farb, in der ähnlichen Farbfamilie. Ich muss sagen, er ist nur nicht so stark. Also, er ist eher so subtil. Also, man kann den sehr gut in die Foundation mischen, finde ich. Und dann hat man so einfach so ein, ja, so ein bisschen Hautirisier. Also, man ist nicht matt, sondern so frisch. Und hier steht, A Wake Up Waking Effect. Also, so frisch halt einfach, finde ich. Sieht man damit aus. Und das ist wirklich so, das ist wie so eine glänzende Creme. Ja. Dann habe ich noch sehr gerne diesen Monat diesen Concealer verwendet. Das ist von LA Girl. Dadurch, dass ich mittlerweile nur so drei Striche mache, ist da richtig gut. Gut, der lässt sich gut verblenden. Passt. Man kann richtig präzise Cuts machen mit dem Concealer. Ja, ich habe den Farbe Porzellain. Und Porzellain ist sehr hell. Also, ich muss sagen, der ist mir schon fast einen Ticken zu hell. Geht aber schön ins Gelbstichige. Aber ihr seht ja, es ist einfach jetzt zu hell. Dann habe ich hier zwei Mascaras. Einmal von Maybelline eine Neuentdeckung für mich. Die Total Temptation. Das ist ein, also wunderschöne, wunderschöne, aufgefächerte Wimpern, finde ich. Macht schön Volumen. Macht auch ein bisschen Fliegenbeinchen. Aber das mag ich ja ganz gerne. Das Einzige, was mich stört, ist, die tut sehr lange trocknen. Bis dahin habe ich hier schon Patzer, da oben Patzer. Ich musste vorher auch mit Ohrenstäbchen arbeiten. An sich finde ich aber die Mascara wirklich toll. Das heißt, wenn sie nicht so viel Feuchtigkeit abgeben würde, vielleicht wäre sie da nicht so gut. Wobei ich eingetrocknete Mascara liebe mag. Ich weiß nicht, wie die ist dann, wenn sie trocken ist, ne? Und auch die Daryl Mascara hat so ein Bürstchen. Ich finde es ein bisschen. Ich würde es mir niemals im Original kaufen, weil dafür macht sie mir einfach zu wenig. Also ich hatte damals eine Estée Lauder. Die hat so viel gemacht, dass ich echt die nochmal nachgekauft habe. Aber das wäre keine. Sie trennt aber sehr schön. Wenn ich natürliche Loops haben möchte, dann benutze ich die. Aber dann kann ich auch eine von P2 benutzen. Oder diese Dr. Hauschka, glaube ich. Ne, von, ähm... Wie heißt die? Ja, wie heißt die? Mascara. Die ich meine von Mary Kay. Die macht genauso wenig. Aber die ist dafür sehr teuer. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Aber es ist okay zum Trennen. So, eyeliner-technisch, sage ich mal, habe ich hier Liquid Ink Eyeliner. Sehr gerne benutzt. Ist einfach ein matter, schwarzer. Man kann sehr präzise... Man kann aber auch sich vertun. Aber heute habe ich zum Beispiel dünnere Lichtstriche. Kann wirklich sehr... präzise arbeiten. Oder auch... Ja. Ich habe jetzt gerade kein ruhiges Händchen dafür. Mag ich sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob es das aktuell noch im Standardsortiment gibt. Ist aber matt. Finde ich eigentlich ganz nett. Ja. Und sehr gerne, um meinen oberen und unteren Wimpernkranz zu verdichten, habe ich hier das Long Lasting Eye Pencil in Hot Shope Clip benutzt. Von Essence. Das lässt sich super zersmutschen. Man kann oben... Habe ich sehr gerne benutzt. Und auf der oberen Wasserlinie. Einfach damit der Wimpernkranz ein bisschen dichter ist. Weil ich halt ungerne Eyeliner benutze, wenn es so heiß ist. Es ist einfach... Je weniger auf meinem Gesicht ist, je besser. Heute sind das so ein bisschen Gewitterwolken und sowas. Da geht's. Da kann man sich schon full face... Aber ich werde mich wahrscheinlich eher abschminken. Ist mir einfach zu schwül. Ja. Dann habe ich hier noch einen Kandidat, den ich wirklich sehr schön finde. Und das ist von der Lit Lingerie Reihe. Und zwar ist es hier die Nummer 12 Bronze Mirage. Bronze Mirage. Es hat so ein... Ich habe das Gefühl, ich habe es euch schon mal im letzten Video gezeigt. So ein... Ich weiß es nicht. Ich kann es... Also es ist bronzig, aber wenn man ganz genau hinguckt, hat es auch noch so einen Kaki-Einschlag. Wunderschön. Wunderschön. Und obendrauf habe ich auch sehr gerne diesen Monat. Einen Kupferton. Also so oft, wie ich mich geschminkt habe, das kann ich an einer Hand abzählen, diesen Monat. So oft war es nicht. Aber wenn, dann habe ich wirklich Gas gegeben. Diesen wunderschönen Ton hier benutzt. Das ist von Agnes B. Ich trage den da mal obendrauf auf. Und ihr seht, wie schön es sich verstärkt. Und wie wunderschön das so harmoniert. Und gerade in diesem braun-schwarz. Es sieht einfach wunderschön aus. Ja. Ich habe auch mal nur ein Lidstrich. Also einfach nur Lider abgepudert. Augenbrauen gemacht. Bisschen Rouge. Bisschen Bronze. Lidstrich. Wimperdusche. Fertig. Ja. Kommen wir mal zu den letzten paar Produkten. Ist einmal hier der neue BH Cosmetics Pinsel. Man kann das Puder super einarbeiten. Ich arbeite sehr gerne. Damit heute habe ich es nicht benutzt, weil das da unten in meiner Schatzkiste lag. Das heißt, sonst hätte ich wieder das Ganze rausgeholt und hätte wahrscheinlich kein, hätte ich heute kein, keine Favoriten-Video abgedreht, weil ich es sonst wieder zusammensuchen müsste. Ja. Das ist die Nummer 34. Richtig geil. Man kann richtig schön präzise auch hier Katze ziehen und auch schön einklopfen. Funktioniert super mit dem Pinsel. Und als Eye-Primer sehr gerne benutzt. Hier von Essence. Das ist dieses Eye & Eyeshadow Primer. Richtig geil. Auch eine mega Empfehlung. Dann habe ich ein Make-up und einen Puder noch vergessen. Als Make-up Cheer Nude über nichts und nichts. Und auch dieses hier. Perfekt Match. Also das sind diese zwei, die ich non-stop trage. Das, wenn ich wirklich einen Hauch möchte. Das, wenn jetzt so wie Wetter... So ein Wetter wie heute ist, hätte ich das benutzen können. Habe aber dazu gegriffen, weil ich einfach... Ja. Ich liebe dieses Make-up. Ich habe noch ein paar Coupons. Die sind bis August gültig, glaube. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich sie mir holen oder nicht? Habe so viele Foundations. Ja. Die ist aber richtig geil. Das ist so... Ich finde, es ist halt ähnlich wie die von Maybelline auch. Die Matte Foundation, die ich auch habe. Ein Parfüm, was ich sehr gerne benutzt habe. Dieses hier. Ich weiß nicht. Es hat keinen Namen. Das habe ich schon mindestens zehn Jahre. Also wirklich zehn. Wenn nicht zwölf oder so. Warte mal. Doch. Ja, zwölf Jahre habe ich das. Richtig geil. Das ist so eine Blume. Ich weiß auch nicht, von wo das ist. Vielleicht Party Lights. Oder Party Light. Ja. Riecht auf jeden Fall richtig sommerlich. Also ich trage das auch wirklich nur im Sommer. Und ein paar Jahre schon. Ich müsste das mal echt mal aufbrauchen. Schade, wenn es kaputt geht. Schade, wenn hier alles kaputt geht. Einer meiner liebsten Paletten ist tatsächlich dieses hier geworden. Und davon finde ich am allergeilsten. Die untere Reihe, also hier die obere Reihe, auch dieses. Das habe ich einfach als Topper benutzt. Schaut mal, so als Blush und Topper diese Farbe hier. Richtig geil. Da seht ihr nochmal diesen Lingerie mit dem. Richtig geil. Und hier von Essence. Das ist mir auch schon total kaputt gegangen. Ich weiß auch gar nicht, wo der Deckel ist. Keine Ahnung. Das ist dieses Dream Wonder, glaube ich. Heißt das? So ist die Farbbezeichnung. 01. Und unten drunter ist ein Blush, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Das habe ich heute drauf. Dieses Blush gepaart mit dem lilanen von der NYX Palette. Habe ich heute drauf. Das ist ein Highlighter. Wirklich fast schon so ein subtiler. Aber dennoch vorhanden finde ich richtig schön. Eigentlich ist er gar nicht so subtil, wenn man guckt. Man kann den auch richtig bam in your face. Aber mit diesem Blush hier drüber. Das ist nämlich ziemlich matt. Sieht jetzt nämlich alles gar nicht so verkehrt aus. Schaut mal, das Blush. Wunderschön. Trage ich auch heute. Ja. Letztes Produkt. Ne, Quatsch. Noch zwei Lidschattenpaletten. Ähm. Ja. Ellen Beatrix. Das lose Puder. Mag ich richtig gerne. Wer hätte es gedacht. Das ist Loose Powder. 15 Gramm sind drin. Ich finde, das hat ein ähnliches Finish wie das von Manhattan. Habe ich die Wahl zwischen Manhattan und diesen hier würde ich zu Manhattan trotzdem greifen. Aber das habe ich jetzt ausprobiert. Habe für mich entschlossen, es ist okay. Man kann es benutzen. Man ist auch etwas montiert. Man ist aber auch nicht hutmatt. Ja. Aber nachkaufen würde ich tatsächlich das von Manhattan. Einer der Paletten, die ich auch am meisten benutzt habe, ist diese hier. Ich teste so ein bisschen gerade meine Paletten durch. Ja. Würde ich nachkaufen. Ja. Gefällt mir. Ich fand nur schwach auf der Brust diesen Ton hier. Und auch der kroch mir ja in die Fältchen. Man muss gucken. Also, aber die anderen finde ich wirklich sehr, sehr schön. Hier fehlt mir einfach ein matter Ton. Das ist nämlich kein matter. Das ist so ein schimmernder lila-rosa Ton. Seht ihr das? Ja. An sich kann ich die Palette empfehlen. Ich habe gerade einen Schleier auf den Augen. Ich mag sie sehr gerne. Salp Katscher. Salp. Sub. Sub oder Salp. Katscher. Also von Anastasia Beverly Hills würde ich mir nicht zulegen. Weil ich diese schon so selten benutze. Und ich einfach mit meiner Chocolat Bar gemerkt habe. Ich habe so viel Kram und benutze immer nur die günstigeren, weil ich Angst habe, dass die teuren leer gehen. Ja. Nimmer normal, aber so bin ich. Und mein Highlight diesen Monat ist die Festival Palette. Ich dachte, ich brauche es nicht. Ich verstehe nicht, warum BH Cosmetics nicht noch mehr solcher Formen von Paletten rausbringt. Da ist wirklich was Neutrales. Ich habe letztes Mal einen komplett neutralen Look damit geschminkt. Ein Alltagslook. Dann diesen Look habe ich geschminkt. Noch einen anderen Look habe ich geschminkt. Und mich einfach mit dieser Palette ausprobiert. Bin immer noch nicht durch mit diesen wunderschönen Tönen. Kann sie aber trotzdem euch empfehlen. Denn diese Palette ist wirklich so vielseitig und so schön von den Farben. Sie ist einfach mega pigmentiert. Also man kann nicht meckern. Schaut euch mal diese Leuchtkraft an. Du siehst richtig jedes Pigment. Ja? Also, es ist unschlagbar. Kann ich jeden ans Herz legen. Würde ich immer wieder kaufen. Wenn die mir kaputt geht oder leer geht, würde ich mir nachkaufen. Denn ich benutze sie wirklich öfters. Ich greife zu ihr auch, wenn sie mal da hinten liegt. Ich greife trotzdem zu ihr. Die ist richtig spitze. Bei BH Cosmetics. Denkt an die Prozente. Ja. So ihr Lieben, das war es auch tatsächlich mit meinen Favoriten. Ich hoffe, es hat euch nach wie vor Spaß gemacht mit meinen Favoriten. Ich liebe dieses Videoformat. Aufgebraucht. Video- äh, Monatsfavoriten. Und Schmink-Tutorials. Weil man muss sich nicht immer gleich alles kaufen. Ich bin gerade auf dem Sparmodus. Habe aber noch eine Bestellung aufgegeben bei Cosmetics for Less. Ja. Und dann ist aber auch Tudi. Bist du im Urlaub? Ja. Genau. Ciao. Sagt ihr mir doch mal bitte ganz kurz noch, was ihr für Favoriten habt. Oder verlinkt mich gerne da drauf. Oder schreibt mir unten, dass ihr auch Favoriten habt. Ich schaue auf jeden Fall mir eure Favoriten an. Ciao, ihr Lieben. Ich hoffe, das war nicht so, wie ihr war. Wie immer. Schnell, schnell, schnell. Und nichts passiert. Ciao.